Hallo und herzlich willkommen bei Aktien Buddies. Ich möchte heute einmal auf die Entscheidung von Jerome Paul, das ist der Chef der US-Notenbank, eingehen und sagen, warum die Korrektur dadurch jetzt aufgehalten werden kann bzw. warum wir heute wieder ein sehr, sehr grünes Marktumfeld haben und das gestern schon Richtung Nachmittag wieder hatten. Wir können hier sehr, sehr gut sehen bei Plug Power, einer der Verlierer der letzten zwei Wochen. Wir haben hier einen fallenden Trend und gestern hatten wir einen Extremfall. Wir können das sehr gut sehen, bis 37, ungefähr 37,20 Dollar sind wir gefallen. Wir hatten hier eine Widerstandslinie vom März, das Hoch vom März und an der sind wir auch wieder abgeprallt. Das Ganze hat sich dann wieder sehr, sehr in einen Kaufrausch entwickelt und wir sind wieder schnell hochgekommen. Wir können hier auch heute sehen, wir sind jetzt vor der Börseneröffnung auf knapp 4,68% im Plus. Das ist die gestrichelte Linie und ich bin der Meinung, wenn wir diesen Abwärtstrend, den wir hier haben, also den ich hier eingezeichnet habe, wenn wir den durchbrechen können nach oben, dann können wir auf jeden Fall wieder in die alte Seitwärtsbewegung hier einsteigen oder eventuell sogar neue Allzeithochs bekommen. Und das sage ich deswegen, gerade nach der Korrektur, die wir jetzt hatten, weil gestern eine Entscheidung gefallen ist von der US-Notenbank bzw. gestern wurde darüber gesprochen. Es ist so, dass Jerome Paul, also der Chef der Notenbank, gesagt hat, dass man Punkt 1, weiterhin Geld in den Markt stecken wird, was ja schon mal sehr, sehr positiv für den Markt ist. und Punkt 2, man hat die Angst vor der Inflation genommen und das war ja das, was den Markt hier gerade in letzter Zeit sehr unter Druck gebracht hat. Man hat gesagt, ja, es wird nach diesem 1,9 Billionen Dollar Wirtschaftspaket eine Preiserhöhung geben, sicherlich, aber die wird unter Kontrolle sein und die wird nicht so stark ausfallen, wie sich das die Anleger vorstellen. Das hat den ganzen Markt sehr, sehr beruhigt und genau deswegen, denke ich mal, können wir auch neue Allzeithochs sehen oder zumindest wieder annähernd an die alten Hochs kommen. Gerade wenn wir hier sehen, dass wir heute ein sehr, sehr positives Marktumfeld haben und wir gestern natürlich schon sehr, sehr viel wieder aufgeholt haben. Ich möchte auch mal euch zeigen, zum Beispiel Plug Power sehen wir hier, Ballad Power hat im Prinzip genau die gleiche Bewegung. Man hat hier auch einen Berg, ist dann auch gefallen, extrem gefallen, dann auch wieder hochgekommen. Das Ganze sehen wir jetzt hier allerdings nicht, die Börseneröffnung funktioniert hier nicht, der Pre-Market. Wir sehen aber hier, wir sind an der deutschen Börse schon wieder 2,6% im Plus. Wir können aber auch bei zum Beispiel Nell Asa sehen, eine sehr interessante Wasserstoffaktie, meine Meinung nach, dass wir hier noch immer in einem Trend von knapp 2018 sind. Wir sind hier einmal ganz leicht nach unten ausgebrochen und wir sind einmal im März nach unten ausgebrochen. Seitdem ist dieser Trend allerdings wieder intakt und wir können auch hier sehen, wir sind von einer Unterstützungslinie nach oben hin wieder abgeprallt. Und hier sehen wir ebenfalls 5,15% im Plus. Das heißt, auch hier ist der Markt sehr, sehr beruhigt heute wieder und wir sehen wieder steigende Kurse. Und genau deswegen kann ich mir vorstellen, dass wir wieder auf alte Hochs zurückkommen oder zumindest in die Richtung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vor allen Dingen, ihr wisst jetzt, ob ihr jetzt vielleicht wieder einsteigt in den Aktienmarkt, wenn ihr ausgestiegen seid. Es erleichtert euch die Entscheidung, ob ihr nachkauft oder wann ihr nachkaufen werdet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.